herzlich willkommen zu einem neuen youtube video und zwar soll es heute um die einstellung gehen um die settings und ja wie kommt ihr da erstmal rein wir drücken escape und gehen hier in die einstellung rein ja für jetzt ein neuling neuentfänger auch für der semi fortgeschrittenen sind auch hier ein paar einstellungen dabei wo man sagt was ist denn das ja wir gucken uns einfach mal erstmal alles unter allgemein an und wichtige sachen zum beispiel im bereich chat wenn man diesen chat schimpfwort filter an hat kann es sein dass ihr manchmal wenn ihr mit jemandem schreibt so ein paar sternchen aussehen das heißt dieser chat schimpfwort filter hat irgendein wort denkt er hat er erkannt was schlecht ist und was praktisch einfach mitten aus dem satz rausgerissen wird also ich habe ausgemacht ja spam verbergen ist praktisch dasselbe habe ich auch ausgemacht datum bei nachrichten ist immer mal ganz schön eigentlich also sehr viel ist hier in diesem bereich chat relativ selbsterklärend bis auf diesen punkt einladung von freunden in der garage akzeptieren ich tippe mal drauf das ist übersetzungsfehler denn dieser haken hier bedeutet praktisch wenn jemand von euch nicht auf der freundes liste ist und ihr den haken habt und ihr diesen haken drin habt dann bekommt ihr keine zugeinladung oder sonstige einladung wenn der haken sowie jetzt draußen ist dann könnt ihr auch eingeladen werden von leuten die nicht auf eurer freundes liste sind zugeinladung im gefecht akzeptieren heißt praktisch dass ihr während dem gefecht auch eingeladen werden könnt in den platoon in den zug freundschaftserfragen automatisch akzeptieren kann man auch wie gesagt ein wie kann man sich auch das i gehen noch mal erklären lassen und ich würde sagen wir verschwenden gar nicht so viel zeit mit sage ich mal so unwichtigen sachen und ja ging gleich zu den gefechtsarten ich empfehle für alle erst mal die ganz neu oder relativ frisch in dem game sind nur die standard gefechte einzuschalten ich selber finde alle anderen modi bis teilweise auf begegnungsgefecht kann man auch mal spielen es gibt natürlich immer mal eine runde angriff oder so was echt ganz cool ist was spaß macht aber generell ist man auf der sicheren seite wenn man nur standard gefechte anhat groß gefechte das ist überhaupt nicht mein ding empfehle ich nicht man hat spiel 30 gegen 30 also einfach viel zu viel los maps viel zu groß und macht mir persönlich überhaupt keinen spaß fahrzeugfeld heißt praktisch ihr habt hier unten zwei panzer rein nicht nur eine ebene sondern zwei und hier zum beispiel könnt ihr die replays aktivieren könnt einmal alle letzte und keine machen und die sind praktisch in eurem world of tanks ordner da wo es installiert habt wahrscheinlich unter c dann geht ihr auf games world of tanks und dann geht ihr direkt in die replays und dann habt ihr dann sehr sehr großen ordner ja wo alles von der ganzen replays drin ist erfolgs markierung anzeigen sind praktisch die gunmarks nicht historische elemente heißt wenn jemand so ein bisschen mehr so einen gelben panzer hat oder mehr so lila in richtung gefärbt hat mit den farben wer wird das jetzt auch noch angezeigt wenn der haken drin ist ist dann natürlich sind die farben natürlich weg und man sieht es nicht und ja gehen wir mal hier auf das gefechtsinterface und ja es wird langsam definitiv wichtig und interessant der fahrzeugstufen anzeigen habe ich an minimap kartentransparenz habe ich angemacht und ich habe meine minimap halt auch hier in dieser größe circa man kann halt da noch so ein bisschen durchgucken das heißt man hat nicht komplett dieses fenster hier nur mit der minimap bedeckt sondern man kann noch so ein bisschen was durchsehen finde ich ganz schön wenn man sich auf die minimap konzentriert kann man da komplett auf die minimap schauen aber man kann halt auch so ein bisschen durch durchsehen und finde ich ganz gut aktivierische opte aktiviert optische effekte im zielfernraum modus umso mehr effekte ihr an habt umso schlechter könnt ihr sehen umso schlechter könnt ihr ja verschiedene moves von gegnern sehen wenn ihr zum beispiel schießt dann gewalmt dann ruckelt komme ich gleich noch mal darauf ein also würde ich definitiv euch empfehlen macht es aus fahrzeug im post modem anzeigen das heißt praktisch wenn ihr tot seid wird das gegnerfahrzeug solange es doch gespottet ist angezeigt und ihr seht von mir abgeschossen wurde ist in der situation wenn ihr mit klaren leuten praktisch spielt oder so oder schnell praktisch wechseln wollt auf den anderen panzer darauf schauen wollt seid ihr stack fünf bis zehn sekunden und könnt nicht mehr da rauskommen deswegen habe ich deaktiviert dynamische kamera aktivieren auf jeden fall haken raus machen eine einstellung die wenn man die raus hat und das hier rein macht viele fahren immer so das ist eigentlich schlecht dass die richtige einstellung man denkt praktisch man würde schieten wenn man das ausmacht und das an also probiert auf jeden fall aus ist für mich ja komplett anderes geben wenn man praktisch diese einstellung aktiviert man denkt wird man würde förmlich schieten die gern ruckelt nicht mehr man kann gerade schießen also ja wir haben den 16 mal und den 16 also den 16 fachen zoom und dazu noch mal kleine bisschen weiter muss ich dafür ausholen es gibt leute die sind ja gut bis sehr sehr gut die das aktiviert haben ich persönlich auch viele andere pro league spieler sagen ganz einfach dieser achtfach zum reicht erst mal vollkommen aus und der zweite punkt wenn du im 25 fach zum bist kriegst du nichts mehr mit was um dich herum passiert im 18 zum kriegt man noch viel mehr mit und man kann viel schneller raus zoomen 8 fach zoom reicht vollkommen trainiert euch das an ohne den 16 und 25 fach zoom zu spielen und ihr werdet merken ihr werdet euch automatisch verbessern ja wechseln das zielfernrohr auf umschalt beschränken das heißt praktisch könnt nicht mehr über das mausrad rein scrollen sondern nur noch über die umschalttaste rein eigentlich also wie gesagt ich habe es ausgemacht habe ich daran gewöhnt ja punkt server fadenkreuz bei dem spiel müsst ihr einfach wissen euer computer amt nicht sondern der server amt für euch das bedeutet praktisch wenn ihr jetzt das server fadenkreuz ausschaltet dann ist es so dass ihr so ihr habt die natürlich das visier direkt aber es kann auch passieren dass es mal ja schüsse die genau eingezielt sind daneben gehen ganz einfach weil der server ja für euch zielt und nicht der pc also man man hat mir das damals so gesagt und ich denke ich spreche davon jetzt auch ohne server fadenkreuz hat man ja irgendwann eine skills stufe die erreicht ist und man kommt aber irgendwann nicht mehr höher weil der ein oder andere schuss der doch man wirklich daneben geht aber mit einem server fadenkreuz ist es wirklich so da ist nach oben alles offen und man sollte sich einfach wirklich dran gewöhnen es ist anfangen ist eine sehr sehr umgewöhnung aber man fängt die fängt an die schüsse viel besser zu treffen was haben wir noch fahrzeug markierung ist unwichtig kamera genau so hier kommen wir wieder ja zu einer wichtigen sache und tipps auf den gefechtslade bildschirm und bebilderte tipps braucht man nicht nur text auch nicht die minikarte ist am allerwichtigsten ganz einfach ihr seht schon direkt wenn ihr reinladet in die map wo ihr startet und natürlich welche map und wo ihr startet also könnt ihr euch schon bild machen okay wir starten unten dann fahr ich rechts links vor allen dingen für die leute mit einem etwas langsamen rechner ist sowas eine optimale einstellung auch hier genauso die minikarte ganz ganz wichtig alle drei haken hier einsetzen kreis für sichtweite kreis für maximale sichtweite und die panzer darstellungs entfernung anzeigen ganz ganz wichtige sachen wird in der zukunft noch ein video oder werden auch videos dazu kommen wie man so ein sichtsystem am allerbesten anwendet und man kann sehr sehr viel mit diesen drei kreisen machen definitiv aktivieren und in der zukunft wie gesagt erklärt das noch ein bisschen mehr würde jetzt einfach den rahmen hier sprengen so genau das ist einfach garagenkamera so ein bisschen bildschirmschoner ist das und ja wir gehen mal auf die grafik weiter und ja wir sehen direkt ich bin im vollbildmodus hier und spiele das 144 ja ab nur bildschirm rat bildschirmwiederholrate von 144 wenn ich das in irgendeinem anderen modus hier spielen würde wäre das nicht auswählbar das würde dann praktisch bei 60 bzw 72 stehen und ich könnte keine 144 hertz wirklich benutzen das geht nur im vollbildmodus bei world of tanks wir haben der bildschirmauflösung 16 zu 9 und ja das war einfach mein monitor so ich muss ehrlich gesagt wirklich passen was die einstellung hier bedeuten natürlich modus farbenblinde ist klar vertikale synchronation steht da ok das heißt praktisch wahrscheinlich wenn der pc etwas langsam ist nichtsdestotrotz geht es jetzt mehr um sichtfeld das sichtfeld hier ist meistens so eingestellt und ihr müsst einfach wissen umso größer das sichtfeld ist umso mehr könnt ihr sehen wenn es nur ganz klein eingestellt ist relativ nah auf dem panzer drauf ja man kann nicht viel sehen macht es maximal und ja benutzt die 120 grad ansichtfeld so jetzt gehen wir auf die details mal rein und dazu muss ich sagen ich bin streamer und da ist natürlich schöner für jemanden anzusehen oh cool die gelände sieht das sieht cool aus die texturqualität fällt mir die umgebung ist schön es sieht einfach anschaulich aus deswegen habe ich das ganze auf ultra stehen ich habe einen relativ guten pc und deswegen geht das ganze auch jetzt nach dem update 1.0 wir haben trotzdem ein paar wichtige sachen die man hier ja sich mal mit auseinandersetzen muss aber tendenziell kann man sagen umso mehr man auf leistung spielen will umso mehr sollte man ausschalten was bringt euch eine schöne schattenqualität was bringt euch eine schöne beleuchtung im endeffekt stört euch nur wenn ihr den berg hoch fahrt ihr bekommt licht ins gesicht ihr seht nichts mehr alles für den arsch macht sowas dann aus also wer teilweise also ich sag mal wer auf leistung teilweise auf leistung spielen will aber auch noch ein schönes ja bild haben will kann das so übernehmen wie ich das hier habe ich habe es mir ja auch durch andere noch praktisch einstellen lassen was wichtig ist was weniger wichtig ist und teilweise ist so dass die leute manchmal eine grü also wenn wenn das schon mal esl gesehen habt oder die pro league dann ist es so dass manche leute auch von navi von sonstigen esl teams einfach mit einem ja fast gelben grünen spiel fahren weil die alles ausgeschaltet haben nur das allerwichtigste ist angeschaltet und so kann man halt einfach super fokussieren man hat kein gras man hat keine störenden licht kein bäume keine schatten alles ist aus man kann sich rein auf das spiel fokussieren also wichtig ist aber die bewerbung bewegungsschäfe auszumachen ganz einfach wenn man sich schnell bewegt dann ist es praktisch so verschwommen das wollen wir nicht ist quatsch machen aus gras im zielfernrohr modus brauchen wir genauso wenig machen wir aus laubtransparenz sollte auf jeden fall an sein wie gesagt das gras umso mehr im zielfernrohr modus an ist umso weniger sehen wir wir wollen den gegner sehen und kein gras deswegen machen wir es aus zusätzliche effekte auf jeden fall beide aus ganz einfach es qualmt es ruckelt es rauscht was weiß ich was es da alles gibt um gut zu spielen um sich zu verbessern auf jeden fall beide sag ich mal effekte zusätzlichen effekte ausmachen hier was sind noch so sachen die sind halt der affin wenn man guten pc hat ist es ganz cool wenn ich kann man das ruhig ausschalten ist nicht notwendig es sieht einfach teilweise halt nur cool aus so der ton ja musik im gefecht geht mir auf den sack musik in der garage genauso die umgebung gut kann man machen kann man anlassen wie ich möchte ja das halt auf 100 prozent ich habe das spiel relativ leise stehen ja gehen wir weiter zur steuerung immer ein ganz 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 großes thema ist die maus empfindlichkeit ich habe diese mauseinstellung bei einer dpi von bei der maus von 600 also ich spiele mit einer sehr sehr niedrigen maus sensitivität und ganz ganz viele haben den schalter hier hinten oder hier oder sogar ganz durch so zirka gewesen sein also freunde ich empfehle euch versucht so weit wie möglich die maus sensitivität runter zu schrauben umso mehr maus empfiehlt also umso empfindlicher eure maus ist umso ungenauer könnt ihr eben ich habe es wie gesagt mich trainiert auf so weit wie es geht runter zu brechen ich kann halt auch wenn ich sehr sehr normalerweise wenn ich es el spiele und es geht um ja sag ich mein preisgeld viele leute schauen zu ist natürlich so dass man ein bisschen aufgeregt ist und da treffe ich auch mit so einer einstellung meine schüsse habe ich aber ja sage mal eine hohe maus empfindlichkeit dann bin ich am zittern die maus bewegt sich hin und her links rechts links rechts rechts also praktisch so und ja man kann kaum treffen deswegen empfehle ich euch das auch in naja allgemein zum besser eben würde ich euch das definitiv empfehlen ja sonst wie gesagt ein paar einstellungen hier kann man sich natürlich mal anschauen verbrauchsmaterial alles von 1 bis 8 durch ich habe es hier man kann das ganze mit y drücken diese ganzen sachen einfach auf y dann hat man so ein kreis dann kann man das auswählen finde ich sehr also finde ich zehnmal besser als die ganze zeit auf f3 f4 f5 f6 f7 zu drücken einfach y und dann ist man schneller dabei ja gehen wir mal zum visieren wie sie ihr seht gleich höh was hatte denn da gemacht ich habe verschiedene sachen ausgestellt einfach wieder der übersichtshalber viele haben das an viele haben das an und das an so jetzt sieht man gleich höh ich habe 20 kreise hier aber irgendwie was bringt ihr denn ich mache mir alles aus weil ich sehe hier erstmal an dieser zeit wie lange ich noch nachlade ich habe den kreis 1 mit einer nachlade anzeige das heißt praktisch sobald der rot ist lade ich nach grün ist ready für mich brauche ich dann keinen laden hier ins dings der nach oben abläuft habe ich auch hier zielpunkt 1 mit durchschlags anzeige verwende ich ganz einfach wenn beide sachen grün sind komme ich halt durch ich sag mal theoretisch bräuchte ich gar nicht aber ist was schönes ich habe es oft gesehen dass ein zielpunkt 2 genommen worden ist der ist rot ist für mich eher schlecht weil wenn der rote punkt praktisch also ich kann schlecht entscheiden ich habe lieber sagen wir so dass beide punkte grün sind da komme ich durch als einer rot und der andere dann grün dann weiß ich nicht hin und her also ich würde euch empfehlen macht beide praktisch grün dann wenn der punkt nämlich auf dem panzer drauf ist ist er auch grün dann habt ihr zwei grüne punkte und könnt auf jeden fall den panzer abschießen zielfernrohr genauso 1 zu 1 die gleichen einstellungen übernommen und was wichtige sachen sind ist hier zum beispiel ladezeit das magazin ganz wichtig die zoom anzeige ist jetzt ja für mich halt auch ein ding ich kann man eigentlich ausmachen aber stört nicht wirklich außer ganz ganz wichtig ist die mittelmarkierung ohne die mittelmarkierung ja läuft das spiel halt komplett anders und das ist wichtig weil ihr dann wisst ihr genau okay ich eben jetzt dahin und dann kommt das crosshair zu euch und ja dann gehen wir weiter zu den markierungen und das kann praktisch jeder händel wie er mag ob die stufe noch angezeigt werden soll ob der spieler name mir persönlich ist zum beispiel egal gegen welchen spieler ich spiele ich versuche gegen gegen spieler mein also gegen jeden gegner das beste zu geben die stufe weiß ich auswendig und ja fahrzeug symbol ist immer ich sehe dem fahrzeug symbol weiß genau okay das ist ein tiger der ist stufe sieben spieler haben wie gesagt ist egal und ich habe es gerne auch hier so ein bisschen im hintergrund das sieht man so ungefähr okay der ist halb und was ganz ganz viele leute falsch machen oder noch nicht eingestellt haben ist die prozentanzeige woher sollte ich denn jetzt bitte wissen wie viel hp der hat hat er jetzt 1000 hat er 1300 hat er nur noch 500 ich weiß es nicht wenn ich aber struktur übrig und gesamt habe dann weiß ich genau alles klar der hat schon guter p verloren hat eine 515er keller hier bekommen in dem in dem fall und ja ich bräuchte jetzt mit meiner es 3 noch drei schuss für ihn dann ist er draußen wenn ich jetzt aber das hier an habe dann weiß ich natürlich nicht und das bringt euch einfach viel bessere übersicht und ja so habe ich praktisch auch natürlich bei meinem eigenen team eingestellt und zerstört habe ich das hier aktiviert die stufe kann man theoretisch auch ausstellen die fahrzeug bezeichnung ist immer mir ganz wichtig wenn ich sehe okay das ist mal man wenn es ein bisschen qualmt ihr seht ihr ist es jetzt ein tiger 2 oder e 75 das kann ich jetzt so nicht erkennen da bin ich ehrlich und so sehe ich direkt okay ist es ein e 75 alles klar ohne jetzt die rechte seite des gegners durchsuchen zu müssen welcher panzer ist denn tot was habe ich denn noch ist für mich ja einfacher dann gehen wir auf die gefechts benachrichtigung und ja ich habe bei mir hier erweitert stehen weil standard ist jetzt einfach viel zu wenig informationen wir gehen auf erweitert und ja haben alles aktiviert hier weil wir wollen natürlich auch sehen von wo wir beschossen werden von wem wie viel schaden der macht oder machen könnte potenzial und einfach viele informationen ist immer gut in dem fall wir haben hier die gefechts ereignisse und ich habe hier ein bisschen was ausgestellt schaden abgewehrt interessiert mich teil also sieht mich eigentlich nicht es ist schön wenn er bau uns aber mich interessieren nur die schadenswerte wenn ich der mensch bekomme ich habe alles hier raus gemacht weil was interessiert mich das außer die aufklärung in dem falle und natürlich hier schaden kritischer schaden ganz einfach das ist wenn man was spottet dann sieht man okay ich habe den den aufgemacht aber gegner zerstört das sehe ich wenn ich einen gegner zerstöre wenn ich eine kette vom gegner zerstöre sehe ich das auch ja also da muss man versuchen relativ wenig informationen also mit diesen informationen auszukommen weil alles andere nur überflüssig ist so fahrzeugdaten genau ich will ja sehen welcher panzer und name des ereignisses ja kann man wenn man sich das antrainiert kann man das auch so sehen ich habe es halt gerne mit an ja gucken mal ins protokoll ich habe hier oben stehen welche munitionsart es ist ich habe unten stehen was ich selber gemacht habe und natürlich auch hier wie viel damage ich geblockt habe und wie viel gespottet habe das bei mir an und schaden durch die betäubung brauche ich nicht ich spiele keine artillerie also in dem fall ja einfach dann so dementsprechend die einstellung nehmen warum ist das hier oben ist hier unten sonst wären alle ereignisse unten ja finde ich nicht so cool erhaltener schaden finde ich viel besser wenn da oben ist so hat man das ganze getrennt und ja muss ich dann nicht die einzelnen ereignisse raussuchen kartengrenze habe ich die wand hier genommen finde ich einfach schön schlicht sagt ja gepunktete linie weiß ich nicht mehr zu abgespaced einfach rote linie fertig aus und wir haben jetzt alle drücken das hier sehen kann man nicht okay der fortschritt persönliche aufträge brauche ich nicht ist mir hier zu übersichtlich kann man natürlich anmachen man sieht sie oben dann aber ich brauche nicht ist mir hier oben so ein bisschen zu viel so freunde ich hoffe das erklären und das video hat euch gefallen wenn ihr noch eine frage habt schreibt gerne in kommentare und ja bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen tschau